Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das wird die letzte Figur sein, der allerersten Wave im Revolution Design. Und zwar handelt es sich, ihr wisst es natürlich, Leute, die meine Videos länger gucken und Leute, die vor allem jedes Video gucken, wissen, welche Figur jetzt nur noch kommen kann. Und zwar der Skeletor. Bei dem bin ich wirklich sehr skeptisch, ob der mir gefällt, weil der sieht ja ganz anders aus als in den ganzen anderen Waves und Lines und so weiter. Aber ich lasse mich gerne überraschen, weil er ist ja halt mit Roboterteilen, mit bionischen Sachen hier bestückt worden. Und besonders bei dem Stab bin ich skeptisch, bei dem Widerstab. Ich lasse mich mal überraschen. Wie immer bei den ganzen Revolution Verpackungen ist ein kleines Fenster vorne zu sehen. Darunter ist der Skeletor nochmal als Artwork drauf. Und das Ganze geht dann so seitlich, wo der Knick ist, um die Ecke noch herum. An sich sehr cool. Auf der anderen Seite ein separates Artwork. Da seht ihr einmal die Figur und dann seht ihr nochmal, das ist glaube ich bei jedem Artwork auf der Seite, der Kopf einzeln oben drüber. Dann seht ihr oben drauf den neuen Masterverse Schriftzug mit den explodierenden Steinen, den ich sehr viel besser finde als den alten. Der alte, der war so ein bisschen, ich will nicht sagen, einfallslos, aber langweilig. Der war wirklich irgendwie langweilig, aber der sieht geil aus. Oben habt ihr drauf 30 Points of Articulation, weil das ist eine OS-Box, 30 Gelenkpunkte, Altersempfehlung ab 6 Jahre und das Mattel-Logo. Auf der Rückseite ist die Figur als Foto mit einem schönen Hintergrund zu sehen, dann noch eine kleine Geschichte. Ich weiß gerade nicht, ob die Geschichte auch bei den EU-Boxen drauf ist, weil ich habe bis jetzt noch keine EU-Box geholt. Müsste ich mal gucken, wenn ich das nächste Mal bei Smith bin. Darunter, wie gesagt, die Geschichte, es sind nur ein paar Sätze und die restlichen Figuren der Wave sind dann auch zu sehen. Näheres seht ihr nachher in der Detailaufnahme. Dann habt ihr seitlich, wo diese Abkantung ist, nochmal den Namen der Figur stehen, in dem Fall Skeletor. Ich verstehe auch nicht, wieso er nicht jetzt Skeletech heißt, weil er ja eigentlich so heißt. Aber wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Oben drauf noch ein Aufkleber, weil es eine Original Netflix Serie ist, ein Netflix Aufkleber. So sieht das Ganze aus und wie es genau aussieht, sehen wir jetzt in der Detailaufnahme. Und hier seht ihr Skeletor in seiner Verpackung. Oben links seht ihr 30 Points of Articulation, weil es eine amerikanische Box ist. Ich habe sie vom BBTS geholt und auf den EU-Boxen ist es damals zumindest nicht drauf. Ich denke mal, da hat sich nichts dran geändert. Daneben seht ihr den Original Netflix Aufkleber, weil es eine Original Netflix Serie ist. Dann Altersempfehlung ab sechs Jahre und ganz rechts das Mattel Logo. Dann seht ihr hier vorne diesen toll designten, neu designten Masterbus Schriftzug. Der alte ist ja kein Vergleich gegen das hier. Das sieht richtig cool aus. Das ist das, was ich geil finde. Die explodierenden Steine, ein bisschen anders dargestellt, aber im Grunde doch gleich. Ich finde das richtig genial. Das ist ein richtig toller Schriftzug. Ja, der Rest der Box, da seht ihr wieder dieses kleine Fenster, das ja üblich ist bei den neuen Boxen. Skeletor ist da drin, guckt da grimmig raus. Rechts seht ihr noch die Krone, die dabei ist, die mir überhaupt nicht zusagt. Ich weiß gar nicht, wofür die da ist, aber ich denke mal, das wird sich in der Serie spätestens aufklären, wenn die ausgestrahlt wird. Dann seht ihr Skeletor noch als Artwork drauf, wie es immer ist. Skeletor wurde gerade umgewandelt. Die Sektenanhänger vom Motherboard, die stehen noch daneben. Und dann seht ihr noch hier um die Ecke, wie das Artwork weitergeht. Oben seht ihr Screech, beziehungsweise das Motherboard noch in der Optik, in der Gestalt von Screech. Hier seht ihr Triklops, wie er das Motherboard wahrscheinlich wieder anbetet. Richtig cool gemacht. Die Details, die sind auch total geil von dem Artwork. Dann seht ihr rechts hier den Skeletor Schriftzug. Ich weiß immer noch nicht, wieso da Skeletor und nicht Skeletech draufsteht. Aber gut, ich finde diesen Knick so cool, dass da der Schriftzug positioniert ist. Das Artwork endet ja auch hier im Grunde. Hier endet es. Hier oben geht es, aber es ist so ein bisschen übergehend hier mit den explodierenden Steinen. Auf der Seitenlasche seht ihr ein anderes Artwork. Das ist immer so üblich bei den Masterworks Figuren, zumindest in dieser Line. Oben ist der Kopf abgebildet in Nahaufnahme. Da seht ihr auch schon Skeletors mechanisches Auge. Ihr seht auch seinen mechanischen Kiefer, den er da hat. Dann seht ihr die Figur noch mal im Ganzen, wie sie hier abgebildet ist. Der sieht richtig böse aus. Und ich bin echt gespannt, wie er aussieht, wenn ich ihn auspacke. Also die Figur. Auf der Rückseite seht ihr Snake Mountain und Skeletor als Foto. Ganz oben rechts seht ihr, wie Skeletor diese komische Krone auf hat. Dann seht ihr noch den Widerstab, der jetzt ein neuer Arm ist. Der ist da als Einzelfoto abgebildet. Hier reist Skeletor seinen Maul auf. Und hier seht ihr eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Story auch bei den EU-Boxen da drauf ist. Bei der amerikanischen ist es auf jeden Fall. Skeletor, Evil Lord of Destruction. Also hier steht im Grunde steht hier drauf, nachdem Skeletor geschockt war, dass He-Man Eternia gerettet hat. Der Skeletor ging zurück zu Snake Mountain, um seinen Thron zu besteigen. Der Kult, der Motherboard Kult, hat ihn transformiert in einen kybernetischen Sklaven. Also ich bin echt mal gespannt, wie das in der Serie so dargestellt wird. Unten links seht ihr nochmal das Mattel Logo und weitere Figuren der Wave. Jede einzelne Figur könnt ihr auf meinem Kanal mit Lust und Laune bestaunen. So Leute, jetzt habt ihr die Verpackung gesehen und die sieht wirklich mega geil aus. Aber ich bin immer noch nicht ganz sicher, was ich davon letztendlich halten soll. Deshalb würde ich sagen, ich packe diese Figur jetzt mit euch zusammen ganz in Ruhe aus. Wie immer, drei Streifen Tesafilm statt einer wie bei den alten Verpackungen. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber ich weiß ja nicht, ob ihr alles gesehen habt oder ob ihr das zum ersten Mal seht. Deshalb erwähne ich es nochmal. So, dann haben wir die Figur an sich in einem Blister. So sieht das Ganze aus. So ist die Figur da drin. Der Blister ist auch seitlich abgeschrägt, damit er hier in die Verpackung reinpasst. Denn in der Verpackung habt ihr noch immer ein langes Fach. Hier habt ihr extra noch eine Öffnung. Da könnt ihr den Deckel so hochheben, damit ihr das Zubehör da rausholen könnt. Ich weiß gar nicht, ob bei dem jetzt hier auch Zubehör mit drin ist. Doch, irgendwas ist da. Weil das meiste ist ja an der Figur dran. Eine Tauschhand. Bei der Sorceress hatten wir wenigstens zwei Hände. Hier ist eine Tauschhand drin. Die werde ich jetzt aber nicht auspacken, weil ich sie ganz einfach nicht brauche. Ihr wisst ja, meistens lasse ich die Tauschhände ja da, wo sie sind. Auch bei den alten Figuren war das schon so. Mir reichen die Hände, die da dran sind. Erstaunlicherweise ist bei dieser Figur eine Krone dabei. Also das... Ach, die geht aber leicht raus. Ist auch ziemlich dünn gehalten. Oval. Und ein paar Zacken dran. Ich hoffe, der Autofokus spielt jetzt mit. Ansonsten seht ihr es gleich in der Detailaufnahme noch mal. Mit der Krone bin ich mir jetzt nicht sicher, was das für eine Bedeutung hat. Weil bei der zweiten Staffel, da hat er natürlich keine Krone aufgehabt, bis zu dem Zeitpunkt. Aber ich warte mal ab. Ich glaube, im Januar startet die dritte Staffel, also beziehungsweise die erste Staffel im Revolution-Look. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ich weiß jetzt nur gerade nicht das genaue Datum. Ich weiß nur im Januar, wenn ich mich jetzt nicht irre. So, das haben wir ab. Das haben wir ab. Hier sind keine Bänder dran. An seinem komischen Widerstabarm. Da bin ich am meisten skeptisch. Aber gucken wir uns die Figur mal an. Jetzt wird es kurz ein bisschen laut. Hängt der noch irgendwo? Scheinbar. Oder? Ne, doch nicht. So. Denn an sich bin ich ja ein Fan der Serie. Auch wenn die Serie natürlich nicht viel mit den Vintage-Sachen zu tun hat. Mit dem ganzen Motherboard-Designer, mit der ganzen Motherboard-Sekte. Aber ich bin gespannt, weil da kam ja auch das Horde-Symbol zum Einsatz. Und ich bin da richtig gespannt drauf, wie das noch alles werden wird. So. Was mir gleich auffällt, der Stand ist zumindest hier auf der Decke nicht ganz einfach. Aber wenn man die Füße ein bisschen einknickt, steht die Figur schon mal. Ich zeige euch den jetzt erst mal kurz. So sieht der Skeletor, aka Skeletech, in seiner Verwandlung aus. Und hier habt ihr seinen Widerstabarm. Der sieht schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Also er hat auf jeden Fall Cyborg-Beine komplett. Der Bauch ist auch so. Sein Arm ist so. Seine linke Hand und Unterarm sind auch so. Und Teile von seinem Kopf sind auch so. Innen und außen. Also im Grunde ist er zu drei Vierteln jetzt ein Roboter. Man kann den Arm nach oben bewegen. Der andere Arm ist ganz normal bewegbar. Gelenke sind wie immer sehr fest. Der Ellenbogen ist etwas leicht loser, aber er hat Rasten drin, also alles gut. Die Taille ist auch beweglich. Ich muss mal gucken hier bei dem Widerstabarm. Ist der jetzt auch grundsätzlich beweglich oder nicht? Ja. Der Widerstabarm ist leicht beweglich. Ich denke mal, da wird so ein Draht drin sein oder irgendwas. Ich will ihn jetzt nicht zu viel bewegen. Da muss man aber gucken, wie man ihn positioniert, damit er kein Übergewicht hat nach vorne hin. Aber an sich, wenn es jetzt nicht gerade auf der Decke ist, kann man ihn trotzdem so hinstellen, obwohl der Arm nach vorne gehalten ist. Er hat oben drauf eine Rüstung, was ich geil finde. Ich hoffe, man kann es sehen. Wie gesagt, Detailaufnahme folgt. Man kann den Kiefer auf und zu machen. Und der Kiefer ist auch so, dass er relativ fest ist. Das finde ich cool. Komischen Kabel, Drähte, was auch immer das sein soll. Gehen in die Augenhüllen rein. Die Figur ist auf jeden Fall interessant. Die Mütze, die geht, seine Kapuze, die geht über sein linkes Auge komplett drüber. Das kann man nicht abmachen. Der Kopf ist an sich sehr fest. Und sein Mantel, sein Badetuch oder was das hier sein soll, das ist auch wieder aus einem Gummi, wie bei den anderen Figuren auch. Seine Talia hat er noch so eine Art Scheibe drin. Ich weiß noch nicht genau, was das zu bedeuten hat. Die ganze Wirbelsäule ist hinten jetzt mechanisch. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und vor allem schmerzhaft für ihn. Gut. Und bevor wir jetzt noch in die Detailaufnahme gehen. Ich gucke mal hier wegen seiner Krone. Die kann man ja laut Foto einfach so auf den Kopf packen. Aber das scheint noch ein bisschen Fummeleit zu sein. Also man muss sie auf jeden Fall erst mit der Rückseite draufsetzen. Okay. Sie sitzt ziemlich stramm. Sie wird einfach nur hier drauf geklemmt. Aber mit der Krone muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt er mir überhaupt nicht. Die wirkt irgendwie fehl am Platz. Aber das ist wieder Geschmackssache. Ich weiß auch noch gar nicht, was es mit der Krone überhaupt auf sich hat. Auf jeden Fall ohne. Sieht er für die Serie auf jeden Fall nicht schlecht aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns diese Figur jetzt mal genau in der Detailaufnahme an. Viel Spaß. Und hier seht ihr Skeletec alias Skeletor außerhalb seiner Verpackung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang wirklich sehr skeptisch. Ich bin immer skeptisch, wenn die Figuren ganz anders aussehen als im Vintage-Look. Denn so finde ich sie einfach am besten. Aber ich muss sagen, der Skeletec, der sieht richtig gut aus, finde ich. Man muss ja immer den Aspekt dabei beachten, dass es ja um diese Serie, um die Revolution-Serie geht. Da kann man das nicht mit den normalen Masters vergleichen, den Vintage-Masters, den klassischen Masters. Das darf man nicht machen. Von dem Punkt aus finde ich diese Figur richtig toll. Die Roboterbeine gefallen mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ich finde es gut, dass hier die Gelenke und hier die Stoßdämpfer hinten so angedeutet sind. Die verschiedenen Farbtöne machen auch wieder ein bisschen mehr her von der Optik. Die Figur, die lässt sich ja gut bewegen. Die üblichen Bewegungspunkte, wie bei den normalen Figuren nenne ich es mal, die normale Beine haben, ist die Figur eigentlich ganz geil. Das hier ist aus einem Gummi, wie bei jeder Figur bis jetzt von der Revolution-Line. Schöner, weicher Gummi. Ist aber nicht so, dass das minderwertig wirkt. Es wirkt richtig gut gemacht. Da hat er hier noch so einen Gürtel dran, dass das Ganze oben hält. Denn da drunter ist er ja. Es ist einfach ein Cyborg. Dann habt ihr hier diesen Arm. Der ist hier aus einem Hartgummi. Das merkt man richtig. Ich denke mal, dass da ein Draht oder sowas drin ist. Also bewegen könnt ihr ihn ganz gut. Seinen Schulterpolster hier, seine Schulterrüstung. Wo ich auch erst gedacht habe, na, wirkt die nicht ein bisschen zu groß. Aber ne, die passt eigentlich ganz gut hier dran. Die ist auch aus einem Gummi, aus einem Hartgummi, wenn ich das richtig sehe, ist die aus einem Hartgummi. Dann seht ihr hier diese ganzen Drähte hier, halt wie vom Motherboard. Das geht dann hier rüber. Das geht dann hier rum. Hier seht ihr, ich hoffe man sieht, hier ist das Fleisch hier an, an den kybernetischen Körper hier so drangetackert. Das sieht schon auf eine Art richtig brutal aus. Kinder werden das nicht verstehen wahrscheinlich, aber wenn man jetzt erstmal drüber nachdenkt, wie das Ganze hier jetzt dargestellt ist, ist das schon ziemlich brutal. Finde ich gut. Der normale Arm von ihm, der hat ganz normale Gelenke, auch schön mit Rasten. Den Arm, den könnt ihr auch so auseinander machen. Wie bei den anderen Figuren auch. Das finde ich sehr schön gemacht. Ich finde das Gesicht auch sehr cool irgendwie. Das wirkt auch richtig brutal. Und ich finde es irgendwie nur so ein bisschen schade, dass man sein anderes Auge nicht sieht. Das ist ja scheinbar, ja, es ist scheinbar entstellt oder so, oder es schimmert ja so rot wie so, keine Ahnung, wie so flüssige Lava oder irgendwie so, wie so eine Leuchtdiode. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Wie so ein Leser halt. Vielleicht kann er damit auch schießen da in der Serie. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann habe ich erst gedacht, dass das hier, dass das abnehmbar wäre und so. Aber es ist scheinbar fest verbunden. Und es hält auch wirklich sehr gut. Das ist alles aus einem Gummi hier hergestellt. Das finde ich sehr gut. Der Kopf hier ist aus Plastik. Und was ich auch geil finde, dass man hier den Kiefer öffnen kann. Das ist ein sehr cooles Action Feature. Seien wir mal ehrlich, es ist ein Action Feature. Von dem Aspekt her ist das schon sehr cool. Dann hat er hier seine Hand, die ist komplett mechanisch. Das Ganze geht dann bis zu seinem Ellenbogen. Also im Grunde ist von dem normalen Skeletor fast nichts übrig, außer hier sein Oberkörper und ein Teil von seinem linken Arm. Selbst der Totenschädel ist überseht mit mechanischen Details und alles. Sein Auge ist auch mechanisch. Ich sage nur, der arme Kerl. An sich eine sehr, sehr coole Figur. Gefällt mir besser, als ich es von Anfang an die Befürchtung hatte. Sieht auf jeden Fall geil aus. Und ich bin gespannt, ob das auch irgendeine Bedeutung hat, diese runde Scheibe, die er da in seinem Bauch hat. Vielleicht kann er da auch irgendwelche Strahlen abfeuern. Man weiß es nicht. Wer es weiß, kann es mir gerne mal in die Kommentare posten. So Leute, jetzt ist die Detailaufnahme zu Ende und sagt mir mal eure Meinung, wie ihr den Skeletor so findet. Also alles in allem für die Serie finde ich ihn super, weil so sieht er nun mal aus in der Serie. Ich finde die Qualität gut von der Figur. Ich finde das ganze Design ja gut. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber an sich ist es super umgesetzt. Nur mit der Krone, da werde ich irgendwie nicht warm. Die finde ich irgendwie fehl am Platz. Die mag ihre Bedeutung haben in der Serie, aber rein optisch werde ich sie nicht drauf machen, wenn ich die Figur ins Regal stelle. Schreibt mir gerne mal rein, wie ihr die so findet. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten viel Spaß bei meinem nächsten Video. Macht's gut. Ciao.